Die zwei Götter, die uns zwei Geschenke geschickt haben. Allah schickte die toten und leblosen schwarzen Steine und Jehova, der lebendige Gott, schickte uns seinen eingeborenen Sohn, Jesus den Christus. Der arabische Gott namens Allah schickte schwarze Steine und der Gott Israels sandte seinen Sohn. Warum schickte der Gott Israels seinen Sohn und warum schickte der arabische Gott schwarze Steine? Nach arabischer Tradition gab es einen Mann oder den ersten Mann namens Adam, der gegen den arabischen Gott Allah sündigte, und Allah sandte Adam und seine Frau Havar nach Sri Lanka bzw. nach Indien. Dann wurde Adam sehr traurig, weil er allein auf der Erde war und Jana vermisste. Dann schickte Allah ihm beste Freunde, die extrem weiße Steine von Jana waren. Wir lesen die folgenden Passagen, der schwarze Stein stieg zusammen mit Adam aus dem Paradies herab. Zuerst war es weiß, dann wurde es wegen der Sünden der Kinder Adams schwarz. Warum wurden die schwarzen Steine vom arabischen Gott Allah auf die Erde geschickt? Antworten Ibn Abbas überlieferte, dass der Prophet sagte, der schwarze Stein kam aus dem Paradies herab, obwohl er weißer als Milch war, dann wurde er durch die Sünden der Kinder Adams schwarz, et imiti al-Albani klassifizierte es als Sahi-Töne. Wieder eine andere islamische Quelle. Eine andere von Al-Azraki berichtete Erzählung lautet, der schwarze Stein kam wegen seiner extremen Weiße glitzernd herunter und dann umarmte Adam ihn, weil er sich so glücklich fühlte, ihn zu sehen. Darüber hinaus berichtete Abdullah Ibn Amr, Libriel, Gabriel, stieg mit dem schwarzen Stein aus dem Paradies herab und legte ihn dorthin, wo du ihn kennst, und du bist auf viel Gutem, Adam, solange er, schwarzer Stein, bei dir ist, also halte dich daran fest es so weit wie möglich, da es bald dorthin zurückgebracht werden soll, wo es herkam. Was sind die zuverlässigsten und akzeptablen Gründe dafür, dass die schwarzen Steine vom arabischen Gott Allah durch die Hand von Libriel gesendet werden? Vielleicht ist der Grund, warum der schwarze Stein aus dem Paradies, auf die Erde, herabgesandt wurde, das, was einige Gelehrte erwähnten, als Adam aus dem Paradies herabgesandt wurde, fühlte er sich sehr einsam und sehnte sich sehr danach, Paradies, und er wurde extrem anhänglich dazu. Daher sandte Allah der Allmächtige den schwarzen Stein aus dem Paradies herab, damit Adam getröstet und damit wohlgefühlt wurde und um seine Sehnsucht danach, Paradies, zu lindern. Allah der Allmächtige machte das Küssen und Berühren des schwarzen Steins zu einem Mittel zur Vergebung der eigenen Sünden, wie der Prophet sagte, wahrlich, Allah wird den schwarzen Stein am Tag des Gerichts mit zwei Augen, mit denen er sieht, und mit einer Zunge auferstehen woraus es spricht, und es wird Zeugnis ablegen für jeden, der es wirklich berührt hat, etimeti und irbenkutzaimah. Welche Vorteile hat es laut dem arabischen Propheten Muhammad, den schwarzen Stein zu küssen, zu umarmen und zu berühren? Der Prophet sagte auch, das Berühren des schwarzen Steins und der Jemeni ekelöscht die Sünden vollständig aus, etimeti, ibnhibban, al-hakim und a-tahabi. Wow! Was für eine erstaunliche Lehre von einem erstaunlichen Propheten über die zuverlässigsten und liebenswertesten schwarzen Steine. Bitte hören Sie sich diese erstaunliche Geschichte weiter an, denn wir sind noch nicht fertig. Erzählt von Abis bin Rabia, Umar näherte sich dem schwarzen Stein und küsste ihn und sagte, kein Zweifel, ich weiß, dass du ein Stein bist und niemandem nützen oder schaden kannst. Hätte ich nicht gesehen, wie Allahs Apostel dich geküsst hätte, hätte ich dich nicht geküsst. Buhari Buch Nummer 26, Hadith Nummer 667 Was war der Glaube der Araber und der Qureshi, besonders bevor der selbsternannte Prophet, der Prophet Muhammad, ihnen sagte, dass die Steine, die ihre Väter und Mütter gewöhnlich küssten und sie umarmten, indem sie um sie herumgingen, Geschenke von Allah waren. Lesen Sie weiter, überliefert von Said bin Aslam von seinem Vater, der sagte, Umar bin Al-Katab warnte sich an die Eche, schwarzer Stein, und sagte, bei Allah, ich weiß, dass du ein Stein bist und weder nützen noch schaden kannst. Hätte ich nicht gesehen, wie der Prophet dich berührt, und küsst, hätte ich dich niemals berührt, und geküsst. Dann küsste er es und sagte, es gibt keinen Grund für uns, Ramal, Interwaff, zu machen, außer dass wir vor den Heiden angeben wollten, und jetzt hat Allah sie zerstört. Umar fügte hinzu, trotzdem, hat der Prophet das getan und wir wollen es nicht verlassen, das heißt Ramal. Bukhari Buch Nummer 26, Hadith Nummer 675 Said bin Aslam erzählte, dass sein Vater sagte, ich sah Umar bin Al-Katab den schwarzen Stein küssen und er sagte dann, zu ihm, hätte ich nicht gesehen, wie Allahs Apostel dich küsste, Stein, hätte ich dich nicht geküsst. Bukhari Buch Nummer 26, Hadith Nummer 679 Ibn Kusa Ima und Ibn Haban berichteten in ihren beiden Sahis, dass der Gesandte Allahs, Segen und Frieden auf ihm, sagte, dass der schwarze Stein am Tag des Gerichts mit zwei Augen und einer Zunge auferstehen und ein Zeuge sein würde an diejenigen, die es aufrichtig berührt und geküsst haben. 8 V. 2 P. 193 Al-Tirmedi berichtete, dass es ein guter und solider Hadith war. Jetzt haben wir viel über diese erstaunlichen schwarzen Steine gelernt. Wir haben auch gelernt, dass der schwarze Stein vergibt die Sünden der Menschheit. Aber wer allein, denkst du, kann laut Koran Sünden vergeben? Und diejenigen, die, wenn sie eine Unmoral begehen oder sich, durch Übertretung, Unrecht tun, Allah gedenken und um Vergebung für ihre Sünden bitten und wer kann Sünden vergeben außer Allah? Und, die, nicht auf dem beharren, was sie getan haben, obwohl sie es wissen. Koran 3 zu 135 bedeutet das, dass der schwarze Stein Allah selbst war? Wenn Allah allein Sünden vergeben kann, wie kommt es dann, dass der selbsternannte Prophet Mohammed sagte, das Berühren des schwarzen Steins und der jemeni Ekel löscht die Sünden vollständig aus, Et-Domiti, Ibn-Hibban, Al-Hakim und At-Tahabi, Allah lösche die Sünden aus und der schwarze Stein und die jemenitische Ekel lösche die Sünden aus. Was für ein Schirk! Der schwarze Stein kam von Allah und das zeigt uns, dass er der beste Freund Allahs war. Lasst uns nun untersuchen, wen und warum der Gott Israels auf die Erde gesandt hat. Im Buch Genesis lesen wir Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich, und sie sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel der Luft. Und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. So Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbild, nach dem Ebenbild Gottes schuf er ihn. Männlich und weiblich schuf er sie. Und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrsche über die Fische des Meeres und über die Vögel der Luft und über alles Lebendige, das sich auf Erden regt. Genesis Kapitel 1, Verse 26 bis 28 Außerdem befahl Gott Adam, nicht Adam und Eva, und Adam und Hava, seine Gebote zu halten und sie nicht zu übertreten. Wieder lesen wir im Buch Genesis, Kapitel 2, Verse 16 und 17. Und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach, von allen Bäumen des Gartens darfst du nach Belieben essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse sollst du nicht essen, denn an dem Tag, der du davon isst, wirst du gewiss sterben. Leider wurden der Mann und die Frau, die nach dem Ebenbild Gottes geschaffen wurden, von Satan getäuscht. Leider hat Satan den Mann und die Frau getäuscht und sie dazu gebracht, Gott ungehorsam zu sein. Wir lesen, und Gott der Herr sprach zu der Frau, was hast du getan? Und die Frau sprach, die Schlange hat mich betrogen, und ich habe gegessen. Genesis 3, 13 Gott ist gerecht und lässt nicht zu, dass sein ewiges Gebot gebrochen und mit Füßen getreten wird. Er bestraft den Mann und die Frau für den Ungehorsam gegenüber seinem Geboten. Lesen wir in Genesis Kapitel 3, Verse 22 bis 24 Und Gott der Herr sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns, der Gut und böse kennt, und nun, damit er nicht seine Hand ausstrecke und auch vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe, darum sandte ihn Gott der Herr aus dem Garten Eden, um den Boden zu bebauen, von dem er genommen wurde. Also vertrieb er den Mann und stellte im Osten des Gartens Eden Cherubim auf und ein flammendes Schwert, das sich in alle Richtungen drehte, um den Weg des Baumes des Lebens zu bewahren. Weil Gott den Mann und die Frau liebte, bereitete er einen Plan für sie vor und sandte seinen Sohn, um die ewige Strafe der Frau und des Mannes zu tragen. Wir lesen im Johannes-Evangelium 1 Uhr 12 und 13 Gott erlöste den Menschen von der ewigen Strafe und stellte die Beziehung zwischen Mensch und Gott sogar auf der höheren Ebene als Vater und Kinder wieder her. Wir sind die Kinder Gottes, wenn wir an sein Geschenk glauben, dass Jesus Christus ist. Aber wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Söhne Gottes zu werden, auch denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen der Menschen, sondern aus Gott geboren wurden, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit wie der Eingeborener des Vaters, voller Gnade und Wahrheit. Warum hat Gott das getan? Was ist der Grund für Gott, diese rebellischen, sturen und ungehorsamen Männer und Frauen zu retten? Der einzige Grund ist, dass Gott uns geliebt und uns in das Reich Gottes zurückkaufen wollte, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um die Welt zu richten, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werden könnte. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt, wer aber nicht glaubt, ist bereits verurteilt, Gott, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Das Johannes Evangelium 3 Verse 16 bis 18 Wieder lesen wir im 1. Johannes 4 zu 7, 10 von der unendlichen Liebe Gottes zu uns. Und Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist von Gott, und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Darin besteht Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat, um die Sühnung für unsere Sünden zu sein. Abschließend erfuhren wir, dass der arabische Gott, der Allah ist, lieblos ist und sandte ein Bündel Steine, um Adem und Hava auf der anderen Seite, dem Go, zu helfen von Israel, der Jehova ist, hat seinen Sohn gesandt, um uns in das herrliche Reich Gottes zurückzukaufen. In Christus haben wir das Recht, ein Kind Gottes zu sein, und wir können eine Vatersohn und eine Tochter-Vater-Beziehung haben. Bevorzugst du Allah oder den wahren und liebenden Gott? Bevorzugen sie tote Steine gegenüber dem lebendigen Jesus Christus? Die Wahr liegt bei ihnen, aber was mich betrifft, so wähle ich den lebendigen Jesus Christus den toten und leblosen arabischen Steinen vor. Ich glaube an den König der Könige und den Richter aller Richter, Jesus Christus. Finger weg vom Islam! Bleib weg von den toten und leblosen schwarzen Steinen und komm näher an die Quelle des ewigen Lebens, Jesus Christus. Bis wir uns wiedersehen, möge der Herr sie alle reichlich segnen.